Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du am Computer Bluetooth aktivieren und Bluetooth-Geräte damit verbinden kannst. Ich verwende dafür einen Laptop mit Windows 11, mit Desktop-PCs funktioniert es aber genauso. Anleitungen für Bluetooth-Verbindungen mit Windows 10 und macOS findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde das Verbinden mit verschiedenen Bluetooth-Geräten zeigen, erklären, warum das Koppeln vielleicht nicht funktioniert und wie du diese Verbindungsprobleme lösen kannst. Das Verbinden funktioniert dann mit deinen Bluetooth-Geräten gleich oder sehr, sehr ähnlich. Am Ende zeige ich noch, wie man gekoppelte Bluetooth-Geräte entfernt und gebe Hinweise zu Kameras und Smartphones. Für einige gibt es Kapitelmarker und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Los geht's! Zuerst klickst du aufs Windows-Logo und dann im Startmenü auf die Einstellungen. Falls sie bei dir fehlen, einfach Einstellungen in die Suche eintippen. Jetzt auf Bluetooth und Geräte klicken. Hier kannst du Bluetooth aktivieren, falls es ausgeschaltet ist. Wenn du hier keine Möglichkeit zum Einschalten von Bluetooth hast, dann hat dein PC entweder kein Bluetooth-Modul eingebaut oder es ist nicht richtig installiert. Dann helfen meistens folgende vier Problemlösungen. Prüfe, ob dein Computer einen Schalter oder Knopf zum Deaktivieren von Bluetooth oder zum Aktivieren des Flugmodus hat und betätige ihn. Lass deinem PC ein paar Sekunden Zeit, das zu bemerken und schaue, ob du Bluetooth jetzt in den Einstellungen einschalten kannst. Außerdem könnte der Bluetooth-Treiber fehlen oder veraltet sein. Ein Treiber ist ein kleines Programm, das der Computer benötigt, um ein Gerät betreiben zu können. Manchmal funktioniert nach einem Windows-Update ein Gerät oder Bluetooth nicht mehr, weil der Treiber dafür veraltet ist. Die Lösung ist sehr einfach. Öffne in den Einstellungen den Menüpunkt Windows-Update und suche und installiere alle verfügbaren Updates. Wenn alle fertig installiert sind und Windows sich vielleicht hundertmal neu gestartet hat, klickst du hier auf Erweiterte Optionen. Etwas weiter unten hat Microsoft die optionalen Updates versteckt. Da klickst du drauf. Wie du siehst, sind an diesem Windows 11 Laptop leider keine Treiber-Updates verfügbar. Deshalb zeige ich es dir schnell an einem Windows 10 PC, weil es da genauso funktioniert. Du musst nur auf Treiber-Updates klicken, dann klappt sich der Menüpunkt auf und du siehst die verfügbaren Updates. Der Name des Updates kann bei dir anders lauten, enthält aber vermutlich den Begriff Bluetooth oder PC. Jetzt setzt du einfach einen Haken ins Kästchen und klickst auf Herunterladen und Installieren. Windows springt nun zur normalen Update-Seite zurück und du siehst, wie das Update installiert wird. Eventuell ist danach noch ein Neustart erforderlich und dann sollte sich Bluetooth einschalten lassen. Falls das nicht funktioniert, hat dein PC vielleicht gar kein Bluetooth-Modul eingebaut. Ob er eins hat, findest du in den technischen Daten. Zum Beispiel auf der Verpackung, auf der Website des Herstellers, im Handbuch oder in der Produktbeschreibung des Online-Händlers. Hat dein PC keins, kannst du es ganz einfach mit einem USB-Bluetooth-Modul nachrüsten. Sowas gibt es schon für ungefähr 10 Euro. Links zum günstigen Kauf in der Videobeschreibung. Das steckst du dann einfach in einen USB-Anschluss und vielleicht musst du noch den Treiber über Windows Update installieren lassen. Fertig. Lässt dich Bluetooth endlich aktivieren, dann kannst du Verbindungsproblemen vorbeugen, indem du hier auf Geräte klickst. Scroll dann nach unten und klicke auf Weitere Bluetooth-Einstellungen. Hier bei Bluetooth-Geräte können diesen PC ermitteln, sollte ein Haken gesetzt sein. Bestätige mit OK und klicke wieder auf Bluetooth und Geräte. Jetzt kannst du endlich hier auf das große Plus Gerät hinzufügen klicken. Bevor du jetzt am Computer weitermachst, solltest du dein Bluetooth-Gerät in die Nähe bringen, einschalten und den Pairing-Modus, also den Paarungsmodus aktivieren. Wie das geht, steht in der Anleitung. Wenn du sie nicht mehr hast, dann hilft vielleicht eine Google-Suche mit der Gerätebezeichnung und dem Zusatz Bluetooth-Pairing. Bei meiner Bluetooth-Tastatur gibt es für das Koppeln sogar eine extra Taste. Die lasse ich so lange gedrückt, bis die LED abwechselnd grün und rot blinkt. Aber das ist natürlich bei jedem Gerät anders. Ist der Paarungsmodus aktiv, klickst du am PC zügig auf Bluetooth und er beginnt nach Geräten zu suchen. Trödel nicht zu lange rum, sonst verliert eins der beiden Geräte die Lust am Paaren. Sobald das gewünschte Gerät gefunden wird, klicke darauf. Jetzt kann es sein, dass zur Sicherheit noch eine PIN abgefragt wird. Ich soll diese zufällig generierten Zahlen auf der Tastatur eintippen und dann mit Enter bestätigen. Es kann aber auch sein, dass du am PC eine PIN eingeben musst. Diese steht dann entweder in der Anleitung des Geräts oder, falls es ein Display hat, auf dem Display des Geräts. Manchmal wird auch auf beiden Geräten eine PIN angezeigt, die du einfach nur vergleichen sollst. Das siehst du dann ja. Bitte beachte auch, dass sich nicht jedes Bluetooth-Gerät dafür eignet, mit einem Windows-PC verbunden zu werden. Diese Glühbirne zum Beispiel. Sie hat zwar Bluetooth, lässt sich aber nur per Hersteller-App mit einem Smartphone oder iPad verbinden. Man könnte das zwar umgehen, indem man Android auf Windows emuliert, aber das wird jetzt zu viel Bastelei. Ein Sony-Playstation-Controller und die Apple-Airports lassen sich dagegen ganz einfach mit Windows koppeln. Es werden zwar nicht immer alle Funktionen unterstützt, Siri zum Beispiel, aber die Grundfunktionen gehen und sogar das Noise-Canceling funktioniert. Beim ausgeschalteten und ausgesteckten PlayStation-Controller musst du nur gleichzeitig die PS-Taste und die Share-Taste gedrückt halten, bis die Leuchtleiste blinkt. Schon kann er verbunden werden. Benutzt werden kann er dann in allen Spielen, die einen Controller unterstützen. Da die reale Übertragungsgeschwindigkeit bei Bluetooth früher sehr gering und störanfällig war, haben einige Smartphone-Hersteller die Datenübertragung per Bluetooth eingestellt. Wie störanfällig Bluetooth immer noch ist, weiß jeder, der schon mal eine Bluetooth-Maus neben einem schlecht abgeschirmten USB-3-Kabel verwendet hat. Plötzlich bewegt sich der Mauszeiger nicht mehr flüssig. Vor allem seitdem die Datenmengen am Smartphone immer größer werden, ist das ein Problem. Auch Kamerahersteller haben die Datenübertragung per Bluetooth nie wirklich unterstützt, weil dort die Datenmengen schon immer zu groß waren. Stattdessen wurden Alternativen entwickelt, die eine Kombination aus Bluetooth zum Verbinden und WLAN zum Übertragen benutzen. Apple nennt das zum Beispiel AirDrop, Google Nearby Share und Canon Camera Connect. Diese Geräte haben also Bluetooth, lassen sich vielleicht sogar mit Windows verbinden, aber du kannst sie nicht wirklich am PC benutzen. Außer du machst diese Bastelei mit der Android-Emulation, aber auch da ist vielleicht keine Datenübertragung vorgesehen. Oft ist es wesentlich einfacher, die offiziellen Übertragungswege zu benutzen. Also per Kabel und der passenden Windows-Software oder, viel bequemer, gleich über die Cloud zu synchronisieren. Ich weiß, manche Leute wehren sich dagegen. Aber jede digitale Kommunikation läuft über Server, unser Geld liegt auf Servern. Warum also nicht auch unsere Fotos und Kalendereinträge? Das Entfernen von gekoppelten Bluetooth-Geräten ist sehr einfach. Du musst nur auf die drei Punkte klicken und Gerät entfernen auswählen. Das ist übrigens nicht unbedingt nötig. Ich mache das nur, wenn ich ein Gerät nicht mehr besitze, damit die Liste nicht zu voll ist. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wie es in den Kommentaren. Falls du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass gerne ein SuperThings da. Und wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere gratis meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Gitti, Servus, Ciao. Wenn du wissen willst, wer ich bin und woher ich komme, dann klicke hier auf das verlinkte Video.